Hallo zusammen, neues Video für euch und heute habe ich wieder für euch 5 Photoshop-Tipps, die euer Leben vielleicht leichter machen, bisschen weniger fehleranfällig oder einfach, vielleicht kennt ihr sie auch, alle schauen, dann lasst es mich unten in den Kommentaren wissen, dann gibt es irgendwann ein anderes Video mit 5 weiteren Tipps, beziehungsweise die gibt es sowieso, also wir schauen in Photoshop rein, 5 Tipps heute für euch. So, hier sind wir jetzt in Photoshop und wir starten direkt mit Tipp Nummer 1 und dieser ist einfach wirklich so eine kleine Fehlersicherung. Wir haben jetzt, ich habe jetzt hier einfach mal ein Bild, also das war so das Originalbild, noch ohne Hautretusche, da habe ich ein paar Pickelchen und alles so weg gemacht. So, was mir persönlich ganz so häufig passiert, ist, dass ich hier irgendwie dran rum bin, dann bin ich das Bild für schieben, halte ich die Leertest gedrückt, schiebe hier so durch die Gegend, um noch was zu finden. Es kann aber auch passieren, dass wenn du auf dem falschen Tool bist, dass du dann hier so irgendwie so minimal nur so verschiebst, was dir am Anfang gar nicht mal so auffällt und dann machst du deine Bearbeitungsschritte weiter und am Ende denkst du, oh, was habe ich denn hier gemacht. So, also gerade wenn mehrere Schritte danach noch kamen, funktioniert es nicht einfach über rückgängig machen, dann fangen wir eigentlich von vorne an. So, und um so einen Fehler nicht erst aufkommen zu lassen, gibt es eine schöne, schönes, Technik ist ja falsch, einfach hier diese kleine Schaltfläche, diese fixierende Schaltfläche, weil das sorgt dafür, dass ich jetzt hier rumschieben kann und ihr seht es schon am Bild, da passiert nichts und wenn ich jetzt die Maus loslasse, sagt mir Photoshop auch, das Verschiebenwerkzeug konnte nicht benutzt werden, weil die Ebene fixiert ist. Das ist so wirklich so eine kleine Sicherung, dass man nicht irgendwie durch die Gegend schiebt. Also gerade sehr, sehr gut geeignet, wenn man häufig irgendwie so durch die Gegend geht und aus Versehen mal auf dem Verschiebenwerkzeug landet, dann ist das eine super Technik. Einfach diese kleine Schaltfläche, das seht ihr dann auch an diesem Schlosssymbol. Jetzt könnt ihr sie nicht verschieben, weil sie ist jetzt genauso geschützt, erst mal wieder Hintergrund und damit für euch natürlich sicher. Und wenn ihr es wieder verschieben wollt, weil ihr wirklich das Absichtliche ist, also entweder diese Schaltfläche wieder drücken oder eben über das Schlosssymbol diese Sperre aufheben. Tipp Nummer 2 und da gehen wir einfach mal so ein bisschen um das Finish unserer Bilder. Wer meine Bilder kennt, ich arbeite sehr, sehr viel mit Farben. Was ist denn aber, wenn man mal gar keine Idee hat über das Color Grading? Dann gibt es auch eine sehr, sehr coole Variante, mit der man ein Color Grading finden kann, ohne dass man selbst weiß, was man machen will. Ihr holt euch einfach erst mal eine Verlaufsumsetzung. Hier weiß auf schwarz ist falsch rum, ich gehe einfach mal auf schwarz auf weiß erst mal. Damit werden die dunklen Bereiche dunkel, die hellen Bereiche hell. Im Endeffekt ist das jetzt eigentlich nur eine schwarz-weiß Wandlung, eine sehr, sehr dramatische. Wir setzen diese Ebene auch mal in weiches Licht, damit ist das im Endeffekt eine Ebene, die jetzt einfach nur den Kontrast verstärkt. Und zwar deutlich. Aber wir wollen ja nicht nur den Kontrast verstärken, wir wollen ja wirklich ein Color Grading machen. Und dafür empfehle ich euch, geht ihr einmal in diese Verlaufsumsetzung rein. Und dann wechselt ihr den Typ von durchgehend auf Rauschen. So, das sieht jetzt erst mal sehr, sehr mhm aus. Einfach weil es sind zu viele Farben drin. Wir haben hier für die dunklen Bereiche blau, dann wird das hier in rot, in gelb, wieder in rot, wieder in orange, wieder in gelb, wieder in rot. Gut, also da ist jetzt, das ist zu rau. Also, wenn wir sagen, es ist zu rau, machen wir es einfach weniger rau und gehen mal runter so auf 10% zum Beispiel. Ah, oder 11% ist ja auch egal. Denn dann sehen wir, das ist ein viel, viel flüssigerer Übergang. Und dann können wir jetzt einfach klicken auf Zufallsparameter und gucken, bis uns hier was gefällt. Und, das ist schon mal ganz interessant, hier so ein bisschen bläulicherer. Da klickt man einfach mal ein paar Mal durch, bis man sagt, okay, das ist ein schönes Grundprinzip. Oh, warten wir nochmal. Ah, der ist jetzt zu stark. Und weiterklicken. Der ist doch ganz interessant, nehmen wir den jetzt mal. Und dann sagen wir einfach, wenn uns das zu stark ist, jetzt einfach noch die Deckkraft runter. Und dann haben wir auch einen coolen Look. Würde ich den jetzt hier noch ein bisschen abdunkeln? Ja, natürlich. Aber erstmal, das war das Bild vorher. Ihr habt neulich ein bisschen kühler gehalten, jetzt so ein bisschen wärmer. Wie gesagt, jetzt am besten noch eine Gradationskurve drauf, wo wir sagen, okay, die Tiefen können ruhig noch ein bisschen dunkler. Oh, noch davon, das ist noch ein bisschen schwer. Und so weiter. Also da hat man einen sehr, sehr schönen Ausgangspunkt für ein Color Grading, wenn man selbst gar keine Idee hat. Und wenn es einem nachträglich nicht gefällt, geht man einfach wieder rein und sagt, okay, dann klicken wir halt einfach mal weiter. Und hätten jetzt hier so einen komplett blauen oder auch hier diesen, der sehr, sehr, sehr stark am Original dran hängt. Also wenn wir da mal den Vergleich machen. So, ganz, ganz viele Möglichkeiten, eigentlich unendlich viele Möglichkeiten für Color Grading, ohne dass man selbst weiß, was man machen will. Tipp Nummer drei. Und den gab es schon mal in einem Video, aber weil den viele nicht kennen oder viel zu selten anwenden. Jetzt hier nochmal als Tipp, inklusive dem Beispiel, wo man es gut anwenden kann. Und zwar wollen wir jetzt hier bei diesem Bild einfach mal so diese Highlights wegmachen. So, und dafür mache ich mir jetzt einfach mal ein Duplikat dieser Ebene. Nehme hier das Ausbessernwerkzeug, mal da einmal drumherum und sage, bitte von hier. Und dann ist das Ganze weg. Und das Problem ist, das Highlight ist jetzt eigentlich komplett weg. Ich will es aber nicht komplett haben, es war mir nur zu stark. Also gehe ich einfach auf Bearbeiten und dann Verblassen. Und hinter dem Verblassen steht dann euer letzter Befehl, den ihr gemacht habt. Deswegen, schon mal der Hinweis, es funktioniert nur auf eure letzte Aktion, die ihr gemacht habt. In dem Fall das Ausbessernwerkzeug. Könnt ihr auch die Tastenkombination merken. STRG, SHIFT und F, damit ihr schneller drauf zugreifen könnt. So, und das nutze ich einmal. Dann kriege ich hier so ein Fenster. Dann kann ich sagen, wie stark möchte ich, dass der Effekt, den ich gerade gemacht habe, verblasst. So, und dann sagen wir mal 37%. Und damit habe ich ein kleines Highlight noch da. Aber es ist deutlich schwächer. Also können wir jetzt hier nochmal auf der Nase nachmachen. Hier dieser Punkt, den wollen wir auch weg haben. Dahin. Dann gehen wir STRG, SHIFT und F. Damit geht das Fenster auch auf. Und dann kann ich das wieder verblassen. Da kommt das Ganze jetzt wieder her. Jetzt wäre es komplett wieder da. Und so haben wir es ein wenig abgeschwächt. Und damit wirkt es nicht mehr ganz so unnatürlich. Weil es ja immer noch da ist, aber eben nicht mehr so stark, dass es uns stört. Tipp Nummer 4 ist auch wieder so etwas, was man nicht häufig braucht, aber manchmal doch schön ist, wenn es da ist. Wir wollen jetzt einmal verflüssigen. So, deswegen einmal das Ganze erstmal in ein Smart Objekt wandeln. Dann gehen wir in den verflüssigen Filter und können jetzt hier arbeiten. So, was viele nicht wissen, diese Gesichtsauswahl sorgt nicht nur dafür, dass ich dann hier jetzt irgendwie ändern kann. Sondern ich kann auch, wenn ich hier drüben auf dieses Gesichtswerkzeug gehe, dann kann ich, da brauche ich nicht mehr die Slider, dann kann ich nämlich direkt hier im Bild das Ganze verändern. Also sagen wir mal, ich möchte, dass dieses Auge ein bisschen größer wird. Und dann soll das hier natürlich auch ein bisschen größer werden. Ich kann das ganze Auge jetzt hier so ein bisschen noch drehen. Ähm, die Dame soll ein bisschen, wo ich ein bisschen mehr lächel, natürlich nicht zu viel. So, die Nase können wir auch nochmal sagen, ja, die wird ein bisschen breiter oder ein bisschen schmaler. Also, ihr seht, das funktioniert alles, was ich hier drüben einstellen kann, kann ich auch direkt im Bild machen, wenn ich über dieses Gesichtswerkzeug hier. Gesicht. Können wir auch verändern. Also die Gesichtsform und so weiter. Hier, also alles möglich, direkt im Bild, sodass ich nicht unbedingt nur mit Zahlen rumspielen muss und auch nicht überlegen muss, bin ich jetzt an der Augengröße, bin ich an der Augenhöhe, an der Breite und so weiter. Nein, ich kann es direkt im Bild so ziehen, wie ich es haben möchte. Und das macht das ganze Verflüssigen natürlich deutlich einfacher. Und klar, das Lächeln ist ein bisschen stark, aber das Auge ein bisschen größer, ja und so weiter. Ob das jetzt realistisch ist, was anderes, was ich jetzt mache. Aber natürlich, das Arbeiten direkt im Bild ist einfacher als nur über Slider. Tipp Nummer 5 ist auch nochmal für den verflüssigen Filter. Denn hier sagen wir jetzt, wir machen uns nochmal ein Smart Object draus und gehen ganz normal in den verflüssigen Filter wieder rein und sagen, wir haben, wir machen das jetzt manuell und haben hier zu viel gemacht. Das ist jetzt natürlich übertrieben, logischerweise. Aber kein Problem, denn wenn ihr in euren Filter wieder reingeht, könnt ihr das Ganze ganz weit unten, gibt es die Pinselrekonstruktionsoptionen. Also ein typisch deutsches Wort, richtig lang. Und da können wir einfach auf rekonstruieren gehen. Dann kriegen wir nämlich dieses Fenster hier auch wieder ähnlich wie bei dem Fader. Und damit können wir das Ganze nämlich langsam zurück machen. So war es ursprünglich und ich möchte es aber vielleicht nur so. So, damit habe ich das Ganze wieder ein bisschen rührgängig gemacht. Wenn ich merke, dass es zu viel war. Daher rührt auch mein Tipp, macht, wenn ihr verflüssigt, immer Einzelschritte oder fast nur Einzelschritte. Denn wenn wir jetzt sagen, okay, wir holen uns noch einen zweiten verflüssigen Filter, wo wir jetzt auf der anderen Seite auch nochmal ein bisschen schieben. Und ich in den ersten aber wieder reingehe. Und da dann die Rekonstruktion nehme, dann wird nur dieser erste Bereich auch wieder zurückgedreht. Und dieser hier bleibt komplett unbeachtet. Wenn ich alles in einer Ebene gemacht hätte, in einem Smartfilter, würde diese Rekonstruktionsstärke sich auf alle meine Änderungen auswirken. Das heißt, lieber mehrere machen und im Zweifel zehn Smartfilter drunter haben, wenn ihr dann aber trotzdem jeden Einzelnen wieder zurückdrehen könnt oder abschwächen könnt und nicht alles auf einmal. So, das waren fünf Tipps für die tägliche Arbeit mit Photoshop. Man ist es vielleicht nicht täglich, aber trotzdem ein paar interessante Tipps, die viele Leute noch nicht kennen. Hoffe ich zumindest. Wenn ihr schon alle kanntet, schreibt es mir unten in die Kommentare. Dann entschuldige ich mich vorab für euch. Wenn mindestens ein Tipp dabei war, den ihr nicht kanntet, hat sich das Video auf jeden Fall gelohnt. Deswegen lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert noch den Kanal und wir hören und sehen uns im nächsten Video. Ciao.